Zack, bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Teil Let's Retro Mega Man. Es geht weiter mit Bomb Man. No. Ah ja. Nee. Was ist zur Helle? Boah. Sohn. So. Wie soll ich denn da reinkommen? Moment. Ich hab jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Ach, mein Gott. So. Geht doch. Bäms. Komm, ich will wieder dieses... Boah. Boah. Sperr wieder. Nein. Tschüss! Wo ist der Sinn jetzt hier hinter? Da kann man ja überall abkürzen. Naja, egal. Es geht immerhin steil bergauf. Ja, die Stacheln bringen ein wie eh und je bei Megaman natürlich sofort um. Genau das passiert dann. Boah, ey. Nein. Okay, das muss ich irgendwie anders lösen. Dieses Problem. So. Nein, das war natürlich... Das ist immer noch saudämlich. Boah, ne. Boah. So. Aber prinzipiell fand ich die Stage jetzt nicht so schwer. Es war ja klar. Na. Bombman, Bombman. Ah. Fireman. Das ging kurz und schnell und schmerzlos. Bis nächste Woche dann. Bei... Let's read, Romigaman. Tschüüüüü. Vielen Dank.